Hi! Mensch, da fragt ihr euch jetzt sicherlich, wer ist denn das? Was ist mit Andis Stimme passiert? Wo ist Andi? Andi ist im Urlaub. Man mag es nicht glauben, der Mann macht auch mal Urlaub und deswegen springt jetzt einfach irgendjemand rein in den kalten Pool. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Tele-Stammtisch und zwar haben wir heute drei ganz tolle Filme für euch im Angebot. Einmal Undine, ein Film von Christian Petzold. Das ist ein Drama, basierend auf der mythologischen Geschichte rund um Undine, die Wassernixe, die Männer tötet oder so. Müsste ich eigentlich besser wissen, denn ich war prä-Lockdown nochmal in der Pressevorführung und Stu hat mich dazu befragt. Stu haben wir auch in der zweiten Besprechung drin und zwar geht's da um den Film Gautier. Jean-Paul Gautier, Freak and Chick. Und er klingt genauso pompös, wie er wahrscheinlich ist. Stu hat sich gemeinsam mit Andi unterhalten und da die beiden ja auch bewusst sich den Film ausgesucht haben, dass sie beide einen sehr guten Modegeschmack besitzen. Von Andi weiß ich es, von Stu vermute ich es. Wer wäre da besser dafür geeignet als die beiden? Viel Spaß dabei. Und dann noch als Abschluss Film Nummer drei. Ein Dokumentarfilm mit dem sehr aussagekräftigen Lidl Die Tochter des Spions. Es geht um eine Tochter eines Spions zur Zeit des Kalten Kriegs und für uns Experten in diesem Bereich sind natürlich Paul und Sam. Warum auch immer, vielleicht weil sie beide sehr gute deduzierende Fähigkeiten haben, was Spione ja so haben müssen. Deswegen nehmen sie den Film jetzt auseinander und setzen ihn wieder zusammen und dann gibt es eine Wertung. Wie immer gilt, wenn euch das, was wir hier veranstalten, gefällt, dann abonniert uns oder kommentiert uns oder liked uns. Egal ob Spotify, YouTube oder im Podcatcher oder auf Apple Podcast. Völlig wurscht. Hauptsache ihr macht es. Das hilft uns sehr, weil es uns hilft. Und falls ihr selber mal Bock habt, bei einer Besprechung mit dabei zu sein, dann einfach unter www.tele-stammtisch.de gucken, Kontakte raussuchen, anschreiben und dann wird sicherlich was zustande kommen. Und nun viel Spaß bei den Besprechungen. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Undine. Der startet am 26. März in deutschen Kinos. Laufzeit beträgt 92 Minuten. Die FSK hat eine Freigabe ab 12 erteilt. Regie Christian Petzold. Und gespielt werden die einzelnen Rollen von Paula Bär, Franz Rogowski, Jakob Matschens und Enno Treps. Und ja, damit ist mein Latein am Ende. Ich habe den Film nicht gesehen. Das hat der Max dafür gemacht. Hallo Max. Hallo und ich komme gerade ganz frisch aus der PV. Ja, sehr schön. Dann sollte es dir sehr einfach fallen, uns zu erklären, worum geht es in Undine. Undine ist die Neuverfilmung oder moderne Verfilmung oder überhaupt Verfilmung des Undine-Mythos. Hast du von dem schon mal was gehört? Ja, ich habe vor einigen Jahren mal einen Film mit Colin Farrell gesehen. Der hieß Undine, wo es auch um so eine, in Anführungszeichen, Meerjungfrau ging. Also im Prinzip ist es eine Liebesgeschichte zwischen Undine, gespielt von Paula Bär und Christoph, gespielt von Franz Rogowski. Die treffen sich, nachdem sie abserviert wurde. und ja, verbringen dann viel Zeit miteinander und dann kommt es zu einigen, ja, Vorfällen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Franz Rogowski stirbt. Und ja, das ist der Film. Nee, schmarrn. Ich wollte gerade eben sagen, normalerweise machen wir den Spoilerpad am Ende des Podcasts und nicht am Anfang. Nee, im Prinzip ist es dieser Undine-Mythos. Den kann ich jetzt mal ganz kurz erklären. Und zwar im Presseheft steht irgendwas von Undine ist eine verratene Wasserfrau. Und sie lebt in einem Wald. Und wenn ein Mann, der eine Frau unglücklich liebt und diese Liebe nicht erwidert bekommt, dann geht er in den Wald und ruft Undines Namen. Und dann kommt sie und verliebt sich in ihn. Und wenn er sie dann verlässt, muss sie ihn töten. Jetzt, darum geht es in diesem Film. Jedoch ist unsere Undine, die weigert sich praktisch den Verliebten, also den, von dem sie verlassen wird, zu töten. Und verliebt sich stattdessen in Franz Rogowski. Was aber dann auch nicht gut endet. Deswegen, also, weißt du. Okay. Es ist bildungsfähig. Es ist Arthaus. Hey. Es ist Arthaus. Okay. Sicher, dass es Arthaus ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das als Arthaus bezeichnen kann. Aber es ist halt ein alter Mythos, der neu bebildert wird. Und im Prinzip, also, ist es nix für den, der mit dem Fleischhammer die Handlung reingeprügelt braucht. Okay. Das klingt ja jetzt schon irgendwie nach so einem Märchen. Und ich hab, also, ich ganz persönlich verbinde mit Märchen auch immer halt Fantasy. Hat der Film Fantasy-Aspekte? Oder wirkt er in seiner Darstellung dieses Mythos oder dieser Legende eher realitätsnah? Nee, eher realitätsnah. Also, der einzige Fantasy-Aspekt, der meines Erachtens drin ist, ist der, dass man in ein paar Szenen nicht unbedingt genau weiß, ob Personen jetzt nur in der Einbildung stattfinden oder im realen Leben. Das ist wirklich das Einzige. Also, ist Undine schon menschlich? Also, sie hat das keine Flossen. Ja, Undine ist menschlich, sie ist eine Historikerin, sie arbeitet in Berlin beim, oh Gott, Stadtbauamt und erklärt Leuten, wie sich die Stadt im Laufe der Jahre verändert hat. Ja, das ist eigentlich sogar mit der, ja, der drögste Job, den man sich da vorstellt hat. Sie ist eigentlich eine Freelancerin, sie ist so menschlich wie du und ich. Okay. Also, ich habe vorab halt vom Film gehört, der lief ja auch auf der Berlinale, hat ja da seine Premiere gefeiert und es ist halt der neue Film von Christian Petzold, das ist ja einer der ganz großen deutschen Arthouse-Regisseure. Der hat ja vor zwei Jahren Transit gemacht, dann Phoenix, Jericho, Jella, etc. pp. Also, wer sich im deutschen Arthouse-Bereich etwas auskennt, der sollte eigentlich auch den Namen Christian Petzold kennen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, also, wenn ich in den Film reingehe, was habe ich da erwartet? Weil, das klingt jetzt von der Geschichte, also, ist Undine, wie gesagt, sehr märchenhaft. Jetzt sagst du es, es ist aber eigentlich sehr realitätsnah. Ist dieses ganze märchenhafte einfach nur eine Art Metapher oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist eine Metapher. Also, die Inszenierung ist jetzt nicht sonderlich außergewöhnlich. Ich würde sagen, sie ist auch sehr gediegen, streckenweise sehr ruhig. Der Film an sich ist auch ein sehr ruhiger Film. Man hat sehr lange Szenen, die jetzt nicht durch lange Einstellungen bestechen, sondern einfach nur die Handlung in den Szenen selbst dauert oftmals sehr lang. Man hat Dialoge, die sehr langsam vorher gehen. Also, es ist, also, man hat da keinerlei Action irgendwo. Also, ich glaube, das ist das, was in diesem Film wirklich auch ein bisschen fehlt, ist der Pfeffer. Also, sehr gediegen. Mir ist es sehr gediegen, ja. Mir ist es ein bisschen zu gediegen, muss ich sogar fast sagen. Aber gut, okay, das kann auch stimmungsabhängig sein. Ja, also ist es quasi für dich kein Film, in dem man sich, wie es schon heißt, verlieren kann? Nee, wobei man sagen muss, dass halt die Bildsprache auch streckenweise sehr stark ist. Und vor allem, es gibt sehr viele Unterwasseraufnahmen, weil Franz Rogowski ein Industrietaucher ist und dann auch viel im See unterwegs ist. Und dort finden auch ein paar dieser, ja, wie soll man sagen, der Szenen statt, die eine starke Bildsprache auch brauchen. Und die sind so gut gelungen, dass ich sagen kann, ja, klar, die fesseln einen dann schon, wenn man sie auf der Kinoleinwand sieht. Deswegen ist auch meine Empfehlung wahrscheinlich auch, wenn der Film sehr ruhig ist und sehr gediegen und eigentlich wahrscheinlich von dem her keinen Kinoleinwand bräuchte, ist er von der Bildsprache her doch eher sowas, was man im Kino auf einer großen Leinwand zumindest erleben sollte. Okay. Und wie ist es mit den Darstellern? Also Franz Rogowski ist ja aktuell der heiße Shit in Deutschland. Bleibt er auch. Paula Bär ist, glaube ich, war die schon mal Transit mit dabei? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Die spielt ja auch in dieser erfolgreichen ZDF-Serie Bad Banks mit und ist auch seit ein paar Jahren sehr aktiv. Wie machen sich die Darsteller so? Ja, also die sind nicht zu Unrecht gerade der heiße Scheiß, die beiden. Also an Darstellung und Inszenierung kann ich nichts aussetzen. An der Bildsprache kann ich eigentlich nichts aussetzen. Also manchmal könnte man sagen, wirkt es vielleicht ein bisschen dieses Theatreske, das deutscher Film oftmals hat. Da gibt es zwei, drei Rellen, in denen sich Rogowski und Bär miteinander unterhalten und dann, ja, du kennst es, wenn sie sich über ein Thema unterhalten, aber das Thema an sich gar nicht ansprechen, sondern bloß in Metaphern darüber reden. Dann kommen wir da ein bisschen mehr in diese Theaterschiene mit rein. Stört mich aber nicht, weil die beiden das spielerisch eigentlich ganz gut beherrschen und man schaut ihnen auch gern dabei zu. Man kauft es ihnen auch streckenweise, also was heißt streckenweise, man kauft es ihnen eigentlich durchgehend ab, was sie machen. Von dem her könnte ich da jetzt nichts Negatives sagen. Wie wichtig ist denn das Element Wasser in dem Film? Du hast ja schon gesagt, dass er Industrietaucher ist. Es passt ja irgendwie, wenn sie eine in Anführungszeichen Wasserfrau ist. Also Wasser ist ein großes Thema, weil sich sehr viel im Wasser abspielt. Und ja, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern, aber viele Dinge werden auch durch das Wasser erledigt, sagen wir es mal so, die die Handlung vorantreiben. Und von dem her ist eigentlich immer irgendwo ein bisschen Wasser zu sehen. Und es hat auch gleichzeitig immer diesen etwas schlammigen Look, den man aus Shape of Water auch kennt. Okay, aber wer jetzt Shape of Water mochte, also ich mochte Shape of Water sehr, aber Shape of Water war ja eine sehr eindeutige Hollywood-Produktion. Würdest du sagen, dass Undine auch ein Film ist für jemanden, der mit deutschem, wie gesagt, Anführungszeichen Arthouse-Kino noch nicht so bewandert ist oder an normalerweise nichts anfangen kann? Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass einem die, ich glaube, wie lange dauert der Film überhaupt, 90 Minuten, glaube ich, dem wird der Film vorkommen wie drei Stunden. Weil, wie gesagt, das Tempo ist halt echt, 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 echt reduziert. Und man hat streckenweise eben Dialoge, in denen fast nichts geredet wird, die trotzdem sieben, acht Minuten dauern. Und also, nee, wenn jemand vorher vorhat, deutsches Arthouse-Kino kennenzulernen, weil er vorher nur Hollywood-Kino kannte, der sollte nicht mit diesem Film beginnen. Kommen wir nochmal zurück zu Paula Bär. Christian Pertzold ist ja bekannt für seine starken Frauenfiguren. Normalerweise hat er das in den letzten Jahren immer Nina Hoss für ihn erledigt, also beziehungsweise gespielt. Jetzt eben Paula Bär. Ist diese Undine eine starke Frauenfigur in deinen Augen? Ja, also sie ist zumindest die ganz klare Hauptrolle und auch die Person, um die sich alles dreht, die auch die Handlung mehr oder weniger vorantreibt, die ganze Zeit hindurch. Was ich sehr witzig finde, ist, dass eigentlich beim eigentlichen Höhepunkt des Films, also wenn man sagen würde, hey, jetzt beginnt der dritte Akt, dann spielt sie eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Dann ist ihr ganzes Schaffen, was sie mehr oder weniger in den zwei Akten vorher geliefert hat, wabert dann sozusagen in den dritten Akt nach und sie lebt in der Erzählung weiter und wird durch Franz Rogowski irgendwie verkörpert. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt zu esoterisch klingt, aber so in dem Dreh ist es. Also sie hat mehr oder weniger sehr wenig Screentime am Ende. Also es ist so ein bisschen wie, es wird geerntet, was gesät wurde. Ja, so in dem Dreh. Wobei man sagen muss, es gibt dann schon eine schöne Klammer, weil Franz Rogowski am Anfang eigentlich relativ wenig Screentime hat von dem her. Es ist eigentlich eine Geschichte schon zwischen beiden. Also ich würde sagen, es sind beide ganz klare Hauptrollen, aber ihre Rolle ist definitiv eine starke und ich weiß nicht, ob man da starke Frau jetzt dazu sagen muss, sie hat eben so ihre Schwächen. Also es klang halt für mich, dass sie emanzipiert ist, weil du hast ja am Anfang von dieser Legende erzählt, dass man ihren Namen ruft und dann verliebt sie sich hinein und wenn man dann sich neu verliebt, bringt sie einen um. Und du hast ja gesagt, dass sie sich dazu entscheidet, nö, mach ich nicht. Nee, macht sie auch nicht. Aber ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sicher, ob man das ohne das Hintergrundwissen des Mythos überhaupt kapiert, wenn man im Film sitzt. Ich habe es mir während des Filmsehens, wusste ich im Prinzip gar nichts von dem Mythos, habe dann danach das Presseheft durchgelesen und dann wird einem die ein oder andere Sache schon ein bisschen klarer. Also es ist jetzt kein typischer, hey, schaut diese starke Frau an, die sich da in dieser Männerwelt irgendwie emanzipiert, Film. Es ist einfach nur ganz normales Verhalten, finde ich. Okay, also wird es wahrscheinlich schwierig sein für Leute, die diesen Mythos halt nicht kennen. Ja, das würde ich fast sogar empfehlen, wenn man vorhat, den Film anzuschauen, sich zumindest ein bisschen reinzulesen. Das kann echt nicht schaden. Also man läuft da auch nicht Gefahr, irgendwie gespoilert zu werden. Oder darum geht es in diesem Film ja auch gar nicht. Okay, gut. Hast du noch irgendetwas zu Undine? Zu Undine? Da muss ich jetzt mal kurz gucken, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe, was ich unbedingt loswerden will. Aber nö, da sehe ich nichts. Okay. Gut. Dann kommen wir zum Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5 emanzipierte Wasserfrauen. Ja, glaube ich, ich gehe da einfach mal in die goldene Mitte. Okay. Ich gebe 3, weil ich, ja, es ist ein typisch stimmungsabhängiger Film, würde ich sagen. Also in der falschen Stimmung kann einen der wahrscheinlich sehr langweilen. In der richtigen Stimmung kann einen der wahrscheinlich mehr begeistern, als er mich jetzt begeistert hat. Schauspielerisch und inszenatorisch ist der Film das, was man eigentlich auch von Petzold gewohnt ist. Ich glaube, dass Leute, die gerne Christian Petzold Filme gehen, dass die mit dem auch das bekommen, was sie wollen, hat ab und an, finde ich, die Umsetzung des Mythos in die moderne Welt vielleicht ein bisschen schleppend oder ein bisschen, wie soll man sagen, doch arg gewollt. Also man hört das Drehbuch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rascheln. Aber, ja, gut, okay. Soll jetzt den Film nicht schlecht machen oder nicht schlechter machen, als er ist. Das ist ganz gute Kost und, ja, meine 90 Minuten. Ja, könnte schlimmer sein. Ja, eben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Wasserhahn zu. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. Nein, ich danke dir für deine Zeit. Und ich danke dir für deine Zeit. Ich danke mir für meine Zeit. Ich danke mir für deine Zeit. Gut. Podcast 1x1, wie kann ich einen Podcast in Länge ziehen? Ja, Grüße an den Schnittmeister. Genau. Alles klar. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschö. Hallo, willkommen beim Telegramm durch zur Versprechung der Doku Jean-Paul Gaultier Freak & Chic. Der startet am 19. März in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 96 Minuten, FSK ist 6 und Regie führte, oh Gott, also nicht, liebe Gott. Es führte Regie Jan-Le-Henoré. Heno-Henoré. Es tut mir leid. Heno-Henoré? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, ihr hört das im Hintergrund schon. Ich bin nicht alleine, denn wenn ich alleine wäre, hätte ich ein Problem. Ich habe den Film nämlich nicht gesehen. Nein, aber der Andi hat ihn gesehen. Hallo Andi. Hallo, guten Tag. Andi, es freut mich sehr, dass du für uns dich gewagt hast in diese Presseverführung, um dich ein bisschen belehren zu lassen über Jean-Paul Gaultier, dem bekannten französischen Modeschöpfer. Ich habe im Prinzip ja damit schon erklärt, worum es geht. Trotz allem, die obligatorische Frage an dich, worum geht es eigentlich in der Dung? Es geht um Jean-Paul Gaultier. Aha. Aber, netter Kniff und ganz kurz, das war ganz witzig, denn ich habe mir den Film jetzt einfach mal angeschaut, weil ich die Woche krank war und jeden Film angeschaut habe in der Pressevorführung, den es gab. Und das war der Film, auf den ich mich eigentlich am wenigsten gefreut habe, denn ja, wenn man mich kennt oder wenn man mich anschaut, sieht man, dass ich mit Mode nichts am Hut habe und mich auch nicht dafür interessiere. Willkommen im Club. Ich habe zwar natürlich den Namen Jean-Paul Gaultier schon mal gehört, aber wie gesagt, hatte kein großes Interesse an einer Dokumentation über den netten Herrn. Trotzdem kam ich eigentlich ganz zufrieden aus dem Kino und war recht gut unterhalten, denn was ich ganz schön fand, das ist keine klassische Dokumentation über sein Leben, sondern es ist eigentlich ein Making-of einer Show, einer Revue, die er an einem französischen Theater irgendwie inszeniert hat 2018. Und in diesem Stück behandelt er sein Leben. Also siehst du schon, erfährst du was über ihn und sein Leben, aber du hast halt auch irgendwie Schauspieler, Tänzer, die ganzen Kostümen, Designer. Also er ist ja der Hauptmodeschöpfer, aber halt die ganzen Näher und Näherinnen und hinter den Kulissen, was da alles schief geht und solche Geschichten. Und die fand ich dann durchaus interessant. Okay, vielleicht ein bisschen Hintergrundinformation. Jean-Paul Gaultier ist einer der bekannteren Modedesigner dieser Welt, ist aber vor allem dafür bekannt, dass seine Mode ja im Prinzip schon mehr Kunst als Mode ist. Also viele seiner Sachen werden immer gekennzeichnet von der Presse als untragbar, da ist auch einiges dran. Ich persönlich, der jetzt modisch genauso unterwegs bist wie du, also ich bin so auch der typische Jeans- und T-Shirt-Typ, kannte den Herrn vor allem durch seine Arbeit in Bessons, das fünfte Element. Er hat die Kostüme gemacht und wer den Film kennt, dass so wie die rumlaufen, das ist so im Prinzip auch die Mode von Jean-Paul Gaultier. Ihr werdet sie also wahrscheinlich nicht im Bühltisch beim H&M finden. Ja, jetzt hast du ja gesagt, das ist so eine Dokumentation, aber eigentlich auch so eine Art Biopic, weil er mit dieser, wie hieß es, Fashion Freak Show ja sein Leben Revue passieren lässt. Jetzt ist das meine erste Frage an dich. So Dokumentationen von Künstlern, die auch noch leben, haben oft das Problem, dass sie ein bisschen wirken wie ein Werbespot für den Künstler. Ja, da ist alles immer total super, alles was er oder sie gemacht haben ist perfekt und grandios und ist überhaupt der beste Mensch auf der ganzen alten Welt. War es auch bei Freak & Schick so? Mich hat es ehrlich gesagt im Film selber nicht gestört. Das Lustige war, wo ich aus der Fressevorführung rauskam, ein älterer Herr hinter mir zu der Filmvorführerin, wo man ja immer ein kurzes Statement abgeben kann und soll, habe ich gemeint, fand ich gut, fand ich unterhaltsam, interessant, bla bla bla, passt schon. Und der Herr hinter mir hat gleich gemeint, also dieser Gotti, den kann ich nicht ausstehen. So ein Selbstdarsteller irgendwie. Und natürlich ist es so, wie du gesagt hast, dass jetzt natürlich nicht der da irgendwie kritisiert wird für irgendwas. Ich hatte jetzt aber auch eigentlich zu keiner Weise das Gefühl, als wäre es ein Werbespot für ihn, denn es ist alles sehr harmonisch, auch hinter den Kulissen. Und ich fand es halt ganz schön bei ihm, er ist nicht so extravagant, wie seine Kunst ist. Ich kannte mich jetzt, wie gesagt, da nicht so aus. Er ist eigentlich aber ein recht bodenständiger Typ, hatte ich das Gefühl. Also er ist schon Perfektionist und macht crazy Sachen, aber wie er mit seinen ganzen Mitarbeitern und so weiter umgeht, fand ich sehr respektvoll. Und wenn ihm mal jemand was vorschlägt, dann geht er auch darauf ein und lässt sich auch mal eines Besseren belehren und so. Und jetzt weiß ich halt nicht, inwieweit das inszeniert ist und dass er da in einem tollen Licht dastehen soll. Ich fand es aber jetzt nicht aufdringlich, dass du dir immer dachtest, so ein toller Typ aber auch. Ich fand ihn sympathisch und bodenständig, habe ich ja schon gesagt, für das, was ich so von ihm wusste und kannte, dachte ich jetzt, also er ist halt nicht so ein Selbstdarsteller wie, keine Ahnung, Karl Lagerfeld oder so oder solche Figuren, die halt schon ausschauen wie Comicfiguren und halt immer sich ja so krass selbst inszenieren. Das hatte ich bei ihm nicht, der läuft immer mit T-Shirt und Jeans rum und ist sehr sympathisch im Umgang mit seinen Mitarbeitern und so. Deswegen, ich fand es weder gezwungen noch übertrieben, aber durchaus sympathisch eigentlich. Hast du denn jetzt nach 96 Minuten Freak and Schick denn irgendwie ja einen Zugang zu seiner Mode gefunden? Also hast du irgendwie, verstehst du jetzt, was er mit seiner Mode aussagen will oder bleibt das trotz allem immer noch so ein bisschen fern für dich? Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt immer noch keine Modenschau. Also es kommt mal kurz in dem Film natürlich vor, dass man mal bei einer Modenschau dabei ist, aber halt meistens schon am Set von dieser Revue. Und die Kostüme, die er dafür schneidert oder schneidern lässt, die sind natürlich immer irgendwie schon symbolisch und metaphorisch aufgeladen und passend zu Stationen in seinem Leben und so. Und das wird dann halt auch erklärt und das fand ich gut bei dem Film, weil auf diese Revue oder auf dieses Theater zum Beispiel hätte ich ohne Informationen vielleicht nicht so viel Bock gehabt. Aber im Nachhinein, da wird halt viel erklärt, was er damit aussagen wollte und welche Stationen in seinem Leben das dann sozusagen irgendwie repräsentieren soll und so. Aber es wird halt auch erklärt, wo er seine Inspirationen her hat, halt so aus dem Punk irgendwie. Deswegen hat er anfangs immer ganz viel mit Jeans und Leder das gemischt mit irgendwelchen edleren Sachen und so. Also da wird schon viel erklärt, ich weiß jetzt nicht, ob ich, also ich werde es mir jetzt nicht anziehen, aber ich fand es alles irgendwie interessant und schlüssig. Auch wie er überhaupt dazu gekommen ist, zur Mode. Also er war halt mal als Kind in diesem Cabaret Foyer Berger, wo dann eben auch dieses Stück von ihm aufgeführt werden sollte oder wurde 2018. Denn das war immer sein großer Traum, dass er halt für dieses Theater einfach mal ein Stück inszeniert, weil er da damals halt seine Liebe zu Kostümen und so entdeckt hat. Und genau wie er dann als Kind halt in der Schule so ein Außenseiter war, aber ab da, wo er dann gezeichnet hat, hat er damit dann irgendwie Anschluss gefunden, weil dann alle wollten, dass er was für sie zeichnet und so. Solche Sachen, also Kindheit und sein Leben, das wird echt alles viel, viel erklärt und doch immer im Making-of dieses Stücks. Das fand ich echt ganz cool und das war halt dann auf eine Art kreativ und nicht langweilig halt, if you know what I mean. I know exactly what you mean. Jetzt hast du ja gesagt, das eine hast du ja als Making-of beschrieben und das andere ist ja so, hab ich es verstanden jetzt, ist halt wirklich, dass man diese Fashion-Freak-Show sich ansieht. Hält sich das in der Laufzeit die Waage oder ist da ein deutlicher Fokus mehr auf die Fashion-Week oder auf das Making-of eher? Nee, Making-of. Also man sieht dann schon Ausschnitte aus diesem Stück, wie es dann halt umgesetzt aussah oder so, aber das ist echt eher selten. Also man trifft halt dann auch, eigentlich hauptsächlich, dann kommen irgendwelche Schauspieler ans Set, weil in diesem Stück wird halt einiges über Film erzählt, einiges über Tanz und einiges über Theater und so. Und die Leute, die man dann so trifft, die erzählen halt dann wiederum auch ein bisschen über ihn und über sein Leben und so. Das fand ich eine coole Mischung, aber es ist nicht so, dass man jetzt von dieser Revue viel sieht. Also ganz am Schluss sieht man dann Szenen von der Premiere und auch welche ganzen Promis dann da sind und ihm gratulieren und so. Aber es ist schon mehr Making-of und mehr hinter den Kulissen als die Show an sich. Ist es denn jetzt so, dass du nach dem Film Lust hattest, dich noch mehr und weiter mit dem Leben und Schaffen von Jean-Paul Gaultier zu beschäftigen oder reicht dir die Ducke jetzt erstmal? Ist das genug? Puh, mir reicht das ehrlich gesagt. Also ich meine, obwohl halt das so spärlich halt eingestreut wird durch die Show, also zum Beispiel erfährst du halt auch irgendwie vom Tod seines langjährigen Lebensgefährten und so. Es wird dann teilweise halt auch ein bisschen dramatisch oder halt emotional und dann werden auch Szenen aus seiner Kindheit von Schauspielern nachgespielt und so. Und das war richtig schön anzuschauen und eben, wie gesagt, schon auch emotional für das, dass es halt eine Ducu war irgendwie. Aber ich habe jetzt eigentlich gerade keine offenen Fragen. Dieses Nachspielen von seiner Vergangenheit, ist das Teil der Ducu oder das ist Teil dieser Fashion-Freak-Show? Das war auch Teil der Fashion-Freak-Show. Also dieses Stück ist wirklich so multimedial, sage ich mal. Also man hat Leinwände, wo halt Szenen filmisch gezeigt werden und davor tanzen dann halt nochmal Leute in Kostümen und so. Das sah echt ganz cool aus. Also jetzt so im Nachhinein würde ich mir das sogar mal reinziehen. Wie ist denn die Inszenierung der Ducu? Ist das mehr so gängige Ducu-Praxis oder erlaubt sich der Regisseur da hier und da auch ein paar, ja ich nenne es mal kreative Spielereien? Ich fand den sehr ästhetisch, passend zu dem ganzen Thema natürlich und der war auch relativ, ja das ist schön anzuschauen, weil halt die, ja der findet halt gute Bilder, der hat irgendwie ein gutes Auge. Also es ist halt nicht nur Interview after Interview so ganz langweilig, sondern der hat auch mal schöne Close-Ups an dem Set oder weil wenn du die Leute siehst, die halt dann da an der Show arbeiten, war das sehr cineastisch, fand ich. Und auch, es ist halt aufgeteilt in mehrere Kapitel, ich glaube zwölf Kapitel oder so und da gibt es dann auch immer so Texteinblendungen, die ziemlich stylisch und ästhetisch, so Neonschrift und das war sehr gut gemacht. Es war schon ein bisschen grell und ein bisschen bunt und der ganze Film war auch ein bisschen schnell und aufregend. Ich fand es gut, das haben dann auch ein paar ältere Herrschaften in meiner Pressevorführung nicht so toll gefunden, habe ich irgendwie danach noch gehört, dass der halt total überdreht ist, der Film. Ich fand es nicht schlimm, ich fand es eigentlich ganz schön, war auch früh am Morgen, deswegen war das ganz gut zum Aufmachen, aber ich fand es einen, wie ich schon gesagt habe, cineastisch und visuell ansprechend gemachten Dokumentarfilm eigentlich, ja. Das Einzige, bevor ich zum Fazit komme, obwohl das könnte ich natürlich auch ins Fazit packen, das Einzige war in der Mitte, fand ich es dann ein bisschen, hat sich mal ein bisschen gezogen, weil was ich schon angesprochen habe, diese Kapitel, also dann geht es halt mal um die Kindheit, dann steht da halt immer mit so Zitaten, werden die Kapitel eingeführt. Dann heißt es zum Beispiel einmal, ich wollte immer ihr Liebling sein oder so und dann ging es halt dann über seine Großmutter, die irgendwie für seine Kindheit, in seiner Kindheit sehr wichtig war, weil ich glaube, der Vater ihn verlassen hat, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hast du dann diese Kapitel und dann dachte ich, jetzt könnte man mal zum Ende kommen und dann kommen noch zwei, drei, vier Kapitel, wo ich mir dachte, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Dann kommt nämlich noch irgendwie so ein Kapitel über Madonna und dann erzählt er nochmal, wie er damals für Madonna irgendwie die Kostüme bei irgendeiner Show gemacht hat und da dachte ich mir, ja, schön. Und ein, zwei Gander noch, wo ich mir dachte, jetzt reicht es. Also in der Mitte wurde es dann echt ein bisschen viel und ein bisschen springt es auch so ein bisschen hin und her, wenn du dich gerade so ein bisschen auf persönliche und dann auch emotionale Sachen, wie halt eben dieses Schicksal Mitte der 90er mit seinem Lebensgefährten und so und dann kommen mir noch so zwei, drei Kapitel hinterher geschoben, die eigentlich für mich jetzt überhaupt nicht interessant waren und diese emotionale Punkte dann so ein bisschen überspielt haben. Ganz komisch, aber ja, das wäre das Einzige, was mir nicht so gefallen hat. Okay, dann würde ich sagen, es ist Fazitzeit. Du kannst vergeben 0 bis 5 Catwalks. Ja, Fazit mehr oder weniger habe ich jetzt ja gerade schon abgegeben. Das, was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass es gegen in der Mitte sich so ein bisschen überschlägt und ein bisschen vollgestopft wirkt. Aber sonst fand ich den Film wirklich überraschend unterhaltsam und sympathisch. Deswegen, ich würde jetzt vier von fünf Catwalks geben, weil das Thema interessiert mich, hatte mich eigentlich nicht interessiert, aber dadurch, dass ich halt dann diese hinter den Kulissen Einblicke hatte, was mich dann halt schon interessiert hat, weil wie dann so ein paar Künstler da abhängen und sich überlegen, wie man manche Lebensabschnitte in künstlerisch kreative Szenen umsetzen kann. Das fand ich halt wiederum cool und deswegen war ich ganz überrascht, dass sie es geschafft haben, mir das schmackhaft zu machen. Genau. Also ein Film, der trischig ist. Trischig. Ja, genau. Wunderbar. Also ich würde denen jetzt auch nicht nur Mode-Freaks und Jean-Paul Gaultier-Fans und Modekennern empfehlen, sondern da ist, also würde ich jetzt mal frech behaupten. Ja, mein Lieber, wenn wir uns Ende des Monats endlich mal vis-à-vis treffen, bin ich gespannt, was du anhast. Okay, ich werde mir das Zeug legen. Okay, ich danke dir für deine Zeit und sage Tschüss. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zurück zum Tele-Stamm-Tisch. Es wird lehrreich, vielleicht ein bisschen tragisch, vielleicht auch amüsant, aber vor allem wird es eine interessante Besprechung zum Film Die Tochter des Spions. Mein Name ist Paul und bei mir ist der Sam. Hallo Sam. Hallo und schönen guten Tag. Heute bin ich mal genauso gespannt wie unsere Zuhörer, denn ich habe den Film an dieser Stelle gar nicht gesehen. Aber ich werde Sam ein paar Fragen stellen und mit ihm ein bisschen über diese Dokumentation, muss man ja sagen, ist es, sprechen. Ein paar Hard Facts kann ich trotzdem schon geben. Die Tochter des Spions ist eine Dokumentation, die voraussichtlich am 2. Juli 2020 in ausgewählten Kinos laufen wird und schon ab dem 11.06.2020 exklusiv im Stream über Kino on Demand zur Verfügung steht. Es ist eine deutsche Produktion von Jack Kill Me und Jins Grube und hat eine Lauflänge von 86 Minuten. Worum geht es denn in diesem Dokumentarfilm? Ich sage noch, er ist auch ab 6 Jahren, FSK 6 Jahren. Genau. Und ich sage mal so, lehnt euch zurück, die Inhaltsangabe wird ein bisschen länger. Und zwar geht es in dieser Dokumentation um die Frau Iwa Lesinska. Und zwar erfährt sie im Alter von 19 Jahren, dass ihr Vater nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Sie möchte ihn 1978 in den USA besuchen, wo er für die UNO in New York City arbeitet. Doch dann stellt sich heraus, er ist ein Doppelagent. Er arbeitet gar nicht für die UNO, der sowohl für den russischen KGB tätig ist, als auch für die amerikanische CIA. Doch eigentlich will er aussteigen und das gefährliche Doppelleben hinter sich lassen. Er möchte eigentlich mal normal leben, indem er ganz zu den Amerikanern überläuft. Und Iwa erhält nun die Wahl, entweder zurück zu ihrer Mutter nach Lettland zu gehen oder bei ihrem Vater in den Staaten zu bleiben und sich einem Schutzprogramm anzuvertrauen. Sie entscheidet sich letztendlich für das Letztere, also gegen den Sozialismus der Sowjetunion. Doch diese Entscheidung ist nicht sehr einfach, denn diese raubt ihr zusätzlich noch ihre wahre Identität. Sie bekommt nämlich eine neue und soll ab diesem Zeitpunkt eine Immigrantin aus der DDR sein mit dem Namen Evelyn Dorn. Mit dieser Lebenslüge hat sie viele Jahre zu kämpfen und circa vier Jahrzehnte später setzt genau diese Doku an und erzählt Hintergründe um das Spiel mit Geheimnissen und des Verrats. Und darum geht's. Die Dokumentation, die erzählt ja dann quasi ein Schicksal oder das Schicksal dieser Frau, die du eben gerade angesprochen hast, die im Kalten Krieg so zwischen den Fronten steht und lässt, jetzt zitiere ich mal die offizielle Beschreibung des Films, die historischen Herausforderungen einer Epoche nacherleben. Ging es dir tatsächlich so? Beziehungsweise fandest du diese Dokumentation packend oder hat sie dich gekriegt? Sagen wir mal so, informativ war es auf jeden Fall. Man hat nämlich sehr viel über die Struktur oder Strukturen der Arbeiten der CIA erfahren, gleichzeitig auch wie die Strukturen bei der KGB und so funktionieren, wie die Geheimagenten ausgebildet werden und so, das hat man schon alles erfahren. Die Erzählweise selber von Dokumentation, Entschuldigung, die war sehr, sehr langsam und langatmig. Also muss dazugeben, ich hatte abends geguckt, die Dokumentation, also ich musste mich echt anstrengen, nicht einzuschlafen, aber nicht wegen der Information, die da drin war, sondern wirklich wegen der Erzählstruktur. Es war nämlich sehr langsam und ja, Punkt für Punkt praktisch abgehakt. Also fandest du, dass man selbst bei 86 Minuten vielleicht sogar noch das ein oder andere hätte irgendwie schneller oder das Ganze noch ein bisschen kürzen können? Naja, ich sag mal so, man hätte auf gewisse Punkte viel schneller zu sprechen kommen können oder auch schneller erzählen können. Aber es ist auch wieder jedem sein Empfinden, jeder empfindet ja so Sachen anders. Für den einen ist das vielleicht diese langsame Erzählstruktur wesentlich angenehmer, weil man da mitkommt. Ich persönlich bin einer, ich hab's gern schnell und voranschreitend, sagen wir es so. Also für mich war es schon sehr anstrengend, dabei zu bleiben. Würdest du sagen, das ist eine Dokumentation, mit der man sich eher auseinandersetzen sollte, wenn man schon tief an dem Thema drinsteckt oder ist das auch? Ja, weil jemand, der überhaupt keinen Angriffspunkt hat, wo sagt, hey, das interessiert mich auch wirklich, der ist da schnell raus aus dem Thema. Weil bis er zu dem Punkt kommt, wo man sagt, oh, jetzt wird's interessant, braucht er schon eine Weile. Was ich noch in der Beschreibung gelesen habe, ist, dass dieser Film die zwei unversöhnlichen Hälften einer Welt wiedergibt. Manchmal auf tragische, wie ich es jetzt bei so einem Thema auch erwartet hätte vielleicht, manchmal aber auch auf skurril und komische Weise. Ist dir da irgendwie der Kontrast aufgefallen oder hast du da irgendetwas spüren können? Also die tragische Weise, wie du jetzt gerade gemeint hattest, könnte ich bejahen, da sehr stark halt den Vater-Tochter-Beziehung, also die Vater-Tochter-Beziehung und die Mutter-Tochter-Beziehung aufweist. Gleichzeitig aber auch den Konflikt der Iva, wie es eigentlich wirklich heißt und nicht hier die Evelyn, wie sie ja später heißt, aufweist, weil sie ist ja zu ihrem Vater irgendwie hingezogen. Und das Leben in den Staaten fühlt sie sich auch sehr hingezogen, weil das halt ein ganz anderes Leben ist. Gleichzeitig hat sie aber Schuldgefühle ihrer Mutter gegenüber, weil sie ja ihre Mutter in der sozialistischen Sowjetunion zurückgelassen hat. Da hat es halt sehr viele starke Schuldgefühle. Es entsteht quasi auch ein Konflikt in ihr oder so, den man auch gut nachvollziehen kann, oder? Ja, ja, definitiv. Also man spürt den Konflikt in ihr, in den Erzählungen, wie sie selber auch dargibt, aber auch aus den Bildern, die man sieht. Man sieht alte Bilder von ihr, wie sie in jungen Jahren aussah. Und dann sieht man schon, dass das Lächeln, was sie da zeigt, ein gespieltes Lächeln ist. Es ist also kein herzliches Lächeln. Es ist so, ja, ich muss jetzt lächeln für die Kamera. Also die Bilder wirken schon. Okay, so nun bin ich gerade einer, der sich mit Dokumentation meistens eher etwas schwer tut. Mich packen dann Dokumentarfilme meist, wenn sie auch noch über die Fakten hinweg irgendwie was Künstlerisches an den Tag legen, sag ich mal. Seien es jetzt nachgestellte Szenen oder in der Musik, ist dir dahingehend irgendwas aufgefallen? Da kann ich dir jetzt sagen, sie haben gemischte, also sie haben Bilder gemischt. Und zwar haben sie alte, bestehende Bilder, wo es wirklich existieren, also von ihren Eltern und von ihr und so, haben sie gezeigt. Gleichzeitig haben sie aber auch Bilder mit Darstellern nachgestellt. Aber nicht nur, dass man die Bilder gesehen hat, sondern man hat auch das Set gesehen, wie sie sich dann zurechtgemacht haben. Und geschminkt haben und Perücke aufgesetzt und dann wurde dieses Foto nachgestellt. Also das war schon eine schöne Mischung aus beidem. Das fand ich sehr schön. Was mich nicht so schön, also was ich nicht so schön empfand, war die Kameraführung. Gut, alte Bilder mit alten Kameras, wenn die verwackelt sind und so, auch im fahrenden Auto, verstehe ich alles, ist in Ordnung. Das Wackeln, klar. Aber wenn man Bilder von einer Frau, die im Stuhl sitzt, in ihrem Büro und sich ein altes Foto anguckt, mit einer neuen Kamera, die dann genauso verwackelt wie alte Bilder, wo während dem Autofahren entstanden sind, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das war sehr schwierig. Da habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein ganz großer Punkt hier, wo ich mir aufgeschrieben habe, halt doch mal die Kamera still, Mensch. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ja, das kann dann auch schon mal schnell aus einer Atmosphäre oder so rausreißen. Ein bisschen rausreißen, genau. Aber ansonsten, das mit den Bildern, das ist sehr, also das fand ich sehr schön gemacht. Ja. Du hast gerade deine Liste angesprochen, gibt es denn da noch ein paar Dinge, die draufstehen, die du ansprechen wolltest? Ich habe in meiner Liste, wie gesagt, das mit der Kamera, das habe ich abgehakt. Vater-Tochter-Beziehung, Schrägstrich-Mutter-Tochter-Beziehung, das hatte ich auch abgehakt. Dann dieses Doppelleben wollte ich noch ansprechen vom Vater, und zwar war er ja für beide Staaten tätig. Er hat sich aber zu den Amerikanern immer mehr hingezogen gefühlt, als zu seinem eigenen Geburtsort oder Geburtsland. Und das war halt immer schwierig, weil er musste gleichzeitig für den KGB immer parat stehen. Und die USA hatte natürlich auch seine Verpflichtungen ihm gegenüber. Und den letzten Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ja auch sehr interessant war, war, es kommt irgendwann in der Dokumentation die Frage auf, wurde der Vater ermordet? Weil sein Tod sehr plötzlich und sehr mysteriös passiert ist. Und zwar war es damals so, dass wohl KGB-Leute, die übergelaufen sind, ermordet worden sind durch Gift oder so. Und es war halt der Fall, dass der Vater einen Herzinfarkt hatte, zwei Wochen später eigentlich wieder gesund war und dann doch verstorben ist. Und das war sehr mysteriös. Und die Mutter, sag ich schon, die Tochter, hat halt jahrelang gesagt, das war kein natürlicher Tod, sondern er wurde ermordet. Und in der Dokumentation selber kommt dann irgendwann ein alter KGB-Staffelführer oder so, irgendein hohes Tier, der gemeint hat, ja, es ist richtig, früher wurden Leute ermordet, die übergelaufen sind, aber nicht in den Staaten. Weil in den Staaten sind sie damals nicht rübergekommen, also ganz einfach. Auf europäischem Land und so, da war diese Mordsrate wesentlich höher. Okay. Also das steht so ein bisschen im Raum. Ob er jetzt wirklich ermordet ist oder nicht. Okay, das klingt so ein bisschen, als versucht man hier beide Seiten mit zu beleuchten. Oder ist es so, dass eine Seite, also sei es jetzt die amerikanische oder dann doch die sowjetische Seite, dass da irgendwas überwiegt? Oder dass man merkt, dass es aus einer bestimmten Richtung gedreht wurde? Nein, ich finde, das wirkt völlig ausgeglichen. Also es wird sowohl die CIA und auch die amerikanischen Seite beleuchtet. Und auch die Freunde, wo sie damals, zur damaligen Zeit, hatten in Amerika befragt. Es werden aber auch Personen aus Lettland, auch zum Beispiel ihre Mutter, befragt und interviewt. Also ich würde sagen, es heilt sie schon die Waage. Und die Dokumentation zieht auch nicht irgendwo auf eine Seite, also dass man sagen könnte, ja, die Dokumentation verherrlicht jetzt eher die amerikanische Seite oder eher die sowjetische Seite. Nee, es ist schon sehr ausgeglichen. Okay, dann komm doch gerne mal zu einem kurzen Fazit, beziehungsweise zu einer kleinen Punktevergabe. Ja, also wie schon gesagt, Fazit fällt für mich so, ich bin so, ich bin so, wie sagen wir, zwischen zwei Stühlen. Ich fand sie sehr interessant, informativ, auch das Schicksal von ihrem Vater und ihr hat mich sehr mitgenommen und auch war das Interesse sehr groß. Die Erzählweise von der Dokumentation fand ich ein bisschen anstrengend. Also ich, wie gesagt, ich musste echt damit kämpfen, nicht einzuschlafen. Und auch die Bilder und so, wo man gesehen hat, waren sehr schön. Allerdings die Kameraführung ist heutzutage für mich nicht verständlich. Von daher würde ich sagen, weil wir im guten Mittelraum bleiben wollen, gebe ich zweieinhalb. Was geben wir? Sterne? Geben wir zweieinhalb Sterne? Nee, zweieinhalb Doppelagenten. Okay. Das sind nämlich dann zwei Doppelagenten und ein Halber. Sehr gut. Gut, dann, wer noch mehr Einzelheiten über diesen Film wissen. Möchte, der kann ja mal auf die Website des Films schauen oder zumindest mal einen Blick auf den Trailer werfen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon ganz herzlich fürs Zuhören und bei dir, Sam, dass ich dich interviewen durfte. Ja, vielen Dank, dass du mich untergebracht hast. Gerne. Und ja, dann hört man sich bestimmt mal wieder zu einer Dokumentation, zu einem Thriller oder zu einer Komöde oder was auch immer hier beim Tele-Stamm-Tisch. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020